Hallo zu heißer Action mit Sarazza und damit herzlich willkommen und ApoDef Genau, wir spielen heute eine Runde Team Fortress und das war schon mit dem Sarazza Ja, ich bin jetzt nur... Oh, mein Pfeil brennt nicht mehr Mach mal ein Pfeil brenne Doch, brennt 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 Da brennt immer noch, da brennt noch Äh, ja... Ach, müsste nicht, egal Ich hab grad keine Stur... oder doch, ich hab ne Wurde Ja, wir nehmen wieder so, so paar, äh, paar Runden am Stück auf jeden Fall auf, hab ich so gedacht Ja, macht doch Spaß Also so, keine Ahnung wie viele... Zehn... Fantastische Jahrrunden Alter, das ist ne... Sentry Aua! Ich hab sie getroffen Ich hab sie getroffen, aber dann bin ich draufgegangen Ja, und ich spiel heute... Boah, ich hab grad nen Schulz schon entzündet Was ich spiel, ich spiel mit dem Huntsman äh, dem Stammesschild und der Stammesklinge Und... Baaah, bin hier Sniper, irgendwas Ja... Also wenn jemand, wenn jemand den Huntsman in Strange oder so hat, ne, da kannst du dich gerne mal bei mir melden Ich möchte den ab... Was? Wenn noch einer einen Huntsman in Strange hat, würde ich den auch nehmen Genau Bin zur Zeit als Pyro unterwegs, weil ich da mal wieder ein paar neue Waffen bekommen hab Also ich handel den... Ich hab nen Detonierer Ich sag mal so, ich will den nicht geschenken bekommen, aber ich handel den natürlich an Ne, ich hab ne Menge Crazy Shit und erstmals hinspringen So... Ja... Ne, ich hab mittlerweile nen Detonierer von Pyro und vor uns gerade eben noch nen Briefkasten bekommen Oh, da hat jemand die Wand Alter was laberst du Ja... Ich muss jetzt immer zu, zu, zu Snipper wechseln Komm her Oh, das ist... 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 Komm nimmst du auf... Läuft's schief oder was? Ja, gestern lief's gut Oh, ja Aua... Mama... Mama... Oh, das war... Das war knapp Oh, das war... Oh, da kam von hinten... Das war so... Ja... 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 Wir sind wieder auf unserem... MyMix-Server, ja Also neben... Neben den Simple-Server, muss man ja mal sagen Oh, wie die Boopies-Server ist das So... Ups So... 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 Ist noch nicht nett... Ist noch nicht nett... Ist erst mal... Was ist das mal... Ich stand gerade hin am End hier... Und hab den vollen Headshot verpasst... So... Ich bin grad immer Gegner-Based-Win... So und wir haben hier so ne schöne Fähigkeit... Dass wir hier... Äh... Ausrufezeichen... R... T... D und dann haben wir ja... Ja das ist quasi... Mit... 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 Mit Medic... Mit Medic Grooven Also mit E Ja das ist quasi ein... ein Rolled Dice Server da kann man mit... Ähm... Ausrufezeichen RTD, also Rolled Dice bekommt man ne Funk... Toll die steht verkehrt rum! Toll die steht verkehrt rum, die Sentry! Die dreht sich aber trotzdem noch frisch! Ja hier, deine Sentry auch gerade! Boah, was für'n Kack-Buhn! Empty House! So, so in my hand I walk with you, my dear! Mist schnell, ich hab grad hier nen Pyro und Paul zockt, hab ich grad umgehauen! Oh! Hallo Engie! Der einfach neben mir kam! Yay! Da kam ein Engie! Erstmal wieder Völkerheld! Ich hab ja übrigens den Nahkampfheitsschutz verteilt, weißt du das? Das stand... Da stand ich hier in dieser Nische bei den beiden Roten, weißt du wo das Hellspack oben ist? Erstmal einen verteilt, dann gleich noch einen! Guck mal da nen Partyhuter! Da... Nicht... Keine Ahnung wie der ist! Muss man unser... Unser Team... Ah ja, der unter dir ist! Sniper! Ja! Erstmal versuchen seinen Namen auszusprechen! Du dich hörl du مع proclaim! Dann nenn ich den folgenden Zettel. Nicht Foоль g'n bisschen raus. Ich glaub ich das das dänk... Dunات acquiesce! Ja... und ich wäre es wieder so machen, dass ich hier pro Folge auch wieder ein Klasse spielen werde. Denk ich ja mal. Guck! Arma... MAAA... Mama! Wie hab ich das mit dem Panto LP? Den kenn ich andauernd Es ist nur früh am Morgen deswegen Kann man das als ausrechnen? Früh am Morgen! Ich brauch sogar schon nen Netto Boah was nen Netto Heile Scheiße Ich hab nur Ich hab nur gute Netto Cola geholt Zentrum Und ich dominiere Gaut Ich glaub es ist ein Scout bei euch Boah den würd ich jetzt mal nicht Wärst du ja wieder weggefickt wenn ich jetzt hier reingehe Wolle ich dich doch jetzt schon gewöhnen Ach so wie ich gerade Da 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 Hey du musst mir aber Punkte holen da Ja Ja Ich treffe aber nix Ja das ist das Problem Du machst das ja so wie es mal bei Mr. Mo in den Kommentaren stand Du bist Sniper du musst nur campen Ja Ach schön Ich bin einfach explodiert Das Netto Oh Explode Vor Freude na Vor Freude Stimmt ich muss einfach mehr campen sagst du Ich renne ja mit Buck in der Hand Ich renne ja mit Buck in der Hand Ich renne ja mit Buck in der Hand nicht voll Und wenn die Gegner passt Das sind die die da campen Oh ohne Spaß Boah Ich nehm jetzt mal diesen Ich nehm Kups er Äh Ich nehm jetzt Ich nehm jetzt In meine andern Sniper werfe hier drin Hallo Peter Kracht Peter Kracht Peter, Peter, Peter kracht? Peter, Peter kracht. Ah, da hat er mich voll erwischt. Aber ein anderer. Zu dem. Boah, in unserem Team ist der Rainflicker. Ohne Spaß. Wir hätten gestern die Runden aufnehmen sollen. Gestern lebst eindeutig besser. Für dich. Oh! Schön. Jetzt stehe ich erst mal ein bisschen hier. Dreh dich mal nach rechts. Komm mal her. Was? Ah, hallo, hallo. Headshot. 2, 2, 1. Boah, wie ein Boss. Wie ein Boss. Halt. Nein. Pisse. Pisse. Ja. Alles uns rausgegangen. Boah, wo sind denn die ganzen Gegner? Wo sind die Gegner? Nur noch 100m. Also drüben sind wahrscheinlich keine. Gar nicht. Ah, hier. Der Pyro, der hier war. Da ist ein... Dingens. Oh, hier, dein Freund hat das Spiel verlassen. Er hat das Spiel verlassen. Der hat das Spiel verlassen. Ah, hier, der. Ah, da ist ein Messer. Ach, ich will wieder... Ich will wieder. Ich will wieder... Ich will wieder... Hansmann. Nein, ne, Medic. Hansmann. Hundmann, Hundmann. Der Rainflicker hat einen Direktloch bekommen. Hab spürt. Ja, den hab ich auch schon. Dann habe ich mir... habe ich mir den geworfen gekurvt Ich habe mal Wildländer da drüberschießen Oh, schmuck Oh, ich gehe jetzt mal unten in die Base, Ryan In die Base Like a base Like a base Ah Oh, hallo Hallo, mein Lieber So Hallo, Persons Ich muss erst mal ein Voice-Shed rein Rein labern Boah, jetzt hat er sich gerecht Weil mein Schuss noch nicht aufgeladen war So ein Scheiß Geh weg, geh weg Ah Das war sogar ein Spy Was? Bambalaun Paul zockt, das ist ein Spy Aber der nächste tot Da hinten ist er, da hinten Zack, der hätte schon noch ein Hedgehammer gesehen So Er ist tot Dieser komische Ding ist Wo warst denn du? Ich bin tot Oh, ich habe jetzt Punkte gemacht Ich habe Punkte Yeah Boah Elender Scout Ich bin mal da drüberballern und hoffe das Zack, Headshot Erstmal trotten Oh, da kam ein Pyro von hinten Ach, du bist da drüben Ich bin graus rübergesprintet Aber gegen Pyro kannst du halt nicht machen Oh, hier kommt Oh Headshot Ach, da unten Ne, doch oben Um, unten, oben Umhock, ein Spy Und ein Leck mich fett Spion Spion Leck mich fett ist aber Oh ne geile Klasse Schluss Oh, was hat der denn von der Waffe Der Freiheitsstab Der, der, der Panta Loop Oder Panta LP Oder Panto LP Hat der mal mein Hat mein Freiheitsstab in der Fresse gedrückt Na Was ist das Bein, ey Aua Ich will mir mal The Briefcase Aua Was, The Briefcase Achso, das ist toll Alter, ich will mir doch nicht Was, Team Red Ich will nicht Team Red Ja, jetzt bleibt's Team Red Jetzt machst du dich kaputt Machst du jetzt aber Sniper Ich mach dich kaputt Ba, 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 ba Das muss man scheiß weg gerade, ey Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Sniilen E, T, F Back Back, 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 back Weißt du, wer, weißt du, wer auch weg ist Die Aufnahme ist vorbei Ha Und damit bis zur nächsten Woche Macht's gut Tschüss Tschüss Tschüss